Willkommen zurück bei Subnautica. Von da bin ich jetzt raufgekommen, okay. Finde ich hier noch irgendwo Einzelteile vom Krebs? Oh, um Kleiderraum. Nee, da bin ich ja hingegangen. Da oben hängt er doch. Das ist sehr gut. New blueprint acquired. Hallo? Warum kann er jetzt da nicht einfach rauf? Jetzt kann er auf einmal springen. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ja komm, Batterien habe ich mehr als genug dabei. Habe ich jetzt eine leere Batterie gegen eine leere gewechselt, genau. Wohnräume. Wohnräume. Okay. 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 for wollen. Das ist eine leere. Okay. Und beides. Okay. 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 So, neuer Pfeiläscher. Oh, das Tagesmenü ist sehr lecker. Tagesmenü, Cottage Pie, Trockenobst oder Nüsse. Okay. Und Snackautomat. Kann ich hier irgendwo durch die Tür durch? Nö. Nee, ich glaub, das hier ist durch. Okay, Kapitel 7. Broschüre. Okay. Jo, dann skimmen wir uns noch ein Einzelbett. So, mal mit ner Sporttasche. Äh, 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 äh. Die Lernbatterien schmeiße ich jetzt mal weg. Ne, da ist nix schon. Achso, ich könnte prinzipiell... Was sollte er reinpacken? Dann die Sporttasche mitnehmen. Äh, 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 äh. Jo. Achso, okay. Doch nicht. Okay. Versuch was wert. Ohne Punk. Ist das doch ein PDA? Was? Oh. Was ist das doch ein PDA? Was ist das doch ein PDA? Was ist das 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 PDA? Ich fühle mich, dass du einfach mehr Zeit mit dem PDA in dem PDA? Das ist nicht ein PDA. Es ist ein Verwund. Und ich fühle mich auf dem du sagst. Vielleicht ist deine Zählung ein Schnitt, dass du noch ein Verwundungsbilder musst musst. Warum nicht nur für mich? Ich bin glücklich für dich. Und ich bin glücklich für all die Leute in der Prawn Bay. Ich bin einfach nicht glücklich für mich. Das ist weshalb ich unsere Verwundung ändern möchte. 1869 So. So. Äh. Ja. Okay. Blaue Käppi. Den Drehstuhl habe ich so noch nicht. Neue Blueprint. Acquired. Oh, ein Wandregal. Haben wir es so auch noch nicht. Oh. Nein. Mein Scanner ist das erste Mal leer. Wasser. Wasser. Wasser wollen wir auf jeden Fall. Aber der hat ja nicht irgendwas erzählt? Kurze Hinweise, nettes Angebot. Sag's bitte. Ne, da ist nix drin. Ja, aber... Ich weiß nicht, er hat Zugang zu den Exoskeletten, aber... Oder meint er jetzt diesen Krebs? Ich komme mit ihren Schutzanzügen. Beruhigend. Kapitans Hauptquartier. Laborzugang... Im Quartier des Käpt'ns. Oh, da komme ich so auch da rein. Im Quartier des Käpt'n. Ich mach' mal die 2679 hier. Sechs, sieben, neun... Was ist das? Oh ja! Oh ja! Blockbuch des Käpt'ns. Oh ja! Average long-range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. Das ist eine Angelegenheit. Aurora ist auf dem Collisieren mit Planeten 4546B. Sending all available environmental data. Please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find and sit you, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora long-range communications relay offline. Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... Die Problematik erhalten fünf Elemente, die nämlich voneinander konstruiert werden können. Startplattform, die finden wir mal bitte einen stabilen Untergrund. Haupttriebwerk. Hä? Ah, hier. Gibt es eine Startplattform. Blei-Computer-Chip und die Tarnwaffen. Hm, ey, was brauchen wir denn für den Krebs? Was? Äh, das sind ja Sachen, die ich so noch nicht hab. Oh. Okay, von da komm ich her. Ja, Kabine 4, Kabine 6, können wir Kabine 5 freimachen? Nee. Da komm ich definitiv nicht rein. Oh, den Stuhl da hab ich noch nicht. Oh, den Stuhl da hab ich. Ja, der ist jetzt, komm ich jetzt hier raus. Ich müsste das ja hier drüben gehen. Genau. Das ist ja genial. Ei, ei, ei. Und ich hab das absolut übersehen. Ja. Willkommen zurück. Du sollst nur schauen, dass mich hier kein Leviathan erwischt. So, das... Ja, das ist ja Wahnsinn. Oh, das hätte man schon alles viel früher haben können. Oh, Mann. Ich habe das nicht gesehen, dass man da noch runtertauchen konnte. Das ist meine Frage, ist hier überhaupt noch Strahlung? Ah, ich kann den Helm jetzt nicht absetzen. Der Reaktor ist ja jetzt repariert worden von mir. Dusch. Dusch. Wir sind wieder zu Hause. Titanbarren, Computerchip und Blei. Ach so, den habe ich auch noch. So, ich brauche... ...Kupferdraht. Gold. Ich habe genug Blei mit da. Ja, Blei habe ich einiges. Ich habe mal ein paar Batterien raus. Ich habe mal ein paar Batterien raus. Ja. Nein. So war das nicht gedacht. Oh Gott. Inventar voll, ey. Das Gold fehlt natürlich noch. Das Gold fehlt natürlich noch. Ja, okay. Ne, dann würde ich jetzt speichern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Subnautica. Tschüss.